Hallo. Hallo. Hier ist die Polizei. Hallo. Ich kann gar nichts verstehen. Ich muss mich mal nicht zuhören. Guten Abend. Ich wollte fragen, äh, wo die Nacht das Gewitter war. Das war über Bochum. Was? Über Bochum. Da Brücken. Au! Wo denn? Wo soll's denn hin? Was? Wo das Gewitter denn hin soll? Wo das gewesen ist? In Deutschland. Ich hab's jetzt aber nicht verstanden. In Deutschland. Ich hab das nicht verstanden. Sind wir nicht böse? Nein, bin ich nicht. Wo war das denn? Überall. Überall? Ja. Und das war nass. Bitte? Das Gewitter war nass. Nass? Nass. Ist denn viel passiert? Nein. Viel passiert? Nein. Nein? Nein. Nein. Ja. Entschuldigung. Ich bin da über 90 Jahre. Ja. Und ich hab meine Tochter in Düsseldorf. Ja. In Deutschland. Und ich hab noch nix gehört. Da war nix. Was? In Neuss war nix. Da war was? Nein. Nein? Nein. Nein. In Neuss. Kein Gewitter. Gewitter. Nein. War da das Gewitter? Nein. 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 Ich habe ja extra da von Ihnen sagen, aber. Da bitte ich gern anbaut, so ich. Ja. Da war kein Gewitter. Was, bitte? Da war kein Gewitter. Gewitter? Wo? Hier? Nein. Bis zum nächsten Mal.